Daniel ist traurig. Gebt ihm einen Lodger. Gebt ihm was zum Lodgen. Ups, verpasst. Was fehlt? Nix. Wir bringen das heim. Fahr rein. Ihr lädt es nämlich immer. Da muss man vorsichtig sein, weil dann reagiert die Steuerung, die Erträge und man fährt gegen irgendwas. Jetzt muss ich das nochmal wegen der Basis checken. Schau, das hat... Wo ist der Außenposten hin? Das verstehe ich nicht. Hm. Da, er ist immer noch da. Ich entferne offenbar immer die Falschen. So schreiben Sie das nicht dazu. Plus 15 Einfluss. Die Munition muss ich noch einbringen. Dringend. Ja, ja, hab die nicht so. Die paar Meter noch. Dann gibt's ne kühle Dusche. Und das warme Bier. Café brauchst du nicht mehr jetzt. Da wäre lieber 44 und das ist 45. Aha, das ist 44. Brauchen wir die auch nicht. Die Karen kann was, ja. Kann man nichts sagen. Was kann ich machen? Gewächshausanbau erforschen. Dauert noch 2 Stunden 43. Wahnsinn. Das dauert auch noch. Lebensmittellager. Aha. Mach ich das. Und suche wieder nach Überlebenden. Und die Autos werden nicht repariert, weil ich keinen Werkzeugexperten... Ist jetzt da ein Werkzeugexperte dabei? Wo waren das? Mit dem Werkzeugexperten. Nein, da war kein Werkzeugexperte dabei. Daniel Russell. Ja, wo soll ich den auftreiben? Wo steht das? Daniel Russell. Oder ist das was anderes? Hat das gar nichts mit dem Werkzeugexperten zu tun? Was Idiot ist der vom Beruf? Innere Verletzungen. Scheiße, was mache ich? Beinhart. Wow, das glaube ich. Zu Hause ist er. Hat er keine Medikamente? Doch, wir haben 69. Uh, die 69er. Was vermisst? Scheiße, der Ben Green. Nein, Scheiße. Garrett Kirch. Schmieriger Fleischer. Mit Asthmaanfällen. Ja, den hat man noch nicht. Ach so, geht nicht. Die Gabriella Sabrina. Auch nicht schlecht. Nehmen wir die Gabriella. Das war der. Der ist vermisst, ha? Oh, hoffentlich ist nicht Ben Green von uns gegangen. Das wäre doof. Freund in Not. Ja, da fahren wir schnell. Freund in Not ist Freund in Not. Schau, wie es sprießt und gedeiht hier. Weil es wird geerntet. Die Früchte meiner Lenden. Wird dann geerntet. Kommen die Kürbisse. Und die Hülsenfrüchte. Und ich brauche noch zwei Außenpöster. Und zwar keine mit Lebensmitteln, weil dann weiß ich endlich, welcher das ist. Weil wenn ich wieder eine mit Lebensmitteln nehme, dann... Immer bei denen ist was los. Habe ich da nicht schon eine Basis eingerichtet? Äh, einen Außenposten? Nein, zuerst wird geht. Knüppel! Knüppel aus dem Sack! Ich glaube, sie hat überhaupt noch keine Fähigkeiten. Die ist neu. Gabriela Sabatini. Kennt jemand? Gabriela Sabatini. Bitte Hand hoch. Das war eine Tennisspielerin, sage ich euch. Sowas machen sie heute nicht mehr. Was hat sie für Waffen? Einen Holz... Schlagdings. Na, schwere Waffen nicht. Nimm mal Schlagwaffen. Power-Tritt. Wie geht der? Y. Y drücke ich auf. Acht. Molotow. Wow. Da kommt er schon. Ne Glock 17c. Bist so traurig. Jetzt nicht mehr. Hat so gejammert. Musste ihm den Kopf gerade richten. Etwas Benzin. Kann ich Benzin schnüffeln. Lecker. Paracetamol. Sehr gut. Endlich. Das Paracetamol meiner Träume. Aber ich habe noch nicht das gefunden, wonach ich suche. Hey! Bist du da? Bist du da? Wieso habe ich hier... Ich habe doch eine Basis hier eingerichtet. Ich sage jedes Mal Basis. Einen Außenposten, wollte ich sagen. Ich habe doch hier einen Außenposten eingerichtet. Das ist wieder... Den hatte ich genau und den habe ich aufgegeben. weil ich geglaubt, das war der andere. Außerhalb, in der alten Stadt. Den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Muss ich mir merken, welcher wer ist. Das ist der Neue. Dann geben wir den auf. Wehe, das ist jetzt... Muss ich mir merken. Jetzt bin ich eh noch hier. Dann richte ich ihn gleich nochmal ein. Aber es kostet jedes Mal Vorräte. Ist halt blöd. Also. Kann ich endlich diesen Rucksack mitnehmen. Ich glaube, von Dillard war der. Darf ich? Heute noch? Hat es schon aufgegeben? Ich glaube, es war wieder wieder der falsche. Ja. Fuck. Ja, es war der falsche. Wieso ist das so blöd? Bin ich so blöd oder ist das Spiel so blöd? Den da will ich aufgeben. Mir wurscht. Ich mache eins nach dem anderen. Den riecht man wieder ein. Zu oft. Das glaube ich. steig ein. Will nicht. Ja. Zu blöd. Na also. Ich dachte schon, man hat ihm in sein Hirn geschissen. Horde. Das sind ja zwei Horden. Wenn es gleich geht, gehe ich auch. Ja, das waren zwei Horden auf einmal. Na, jetzt raucht es ganz schön, das Auto. Noch eine Horde. Da möchte ich gern zugegen sein. Im Studio, wenn sie diese Zombie-Geräusche aufnehmen. Sicher köstlich anzuhören. Ich stehe da im Studio in einer Glasbox und jeder macht Geräusche. Die werden sicher ganz schön heißer am Ende des Tages. Die Basis ist auch arschmäßig konstruiert, weil man muss jedes Mal darüber latschen. Was? Wieso Food? Ich dachte, sie ist müde. 9 Millimeter, dann braucht sie das nicht. Sie hat gar keine Ersatzwaffe. Muss ich eine geben. Das, nein, das ist eine schwere Waffe. Nein, das ist eine Schlagwaffe. Schlagwaffe ist Schlagwaffe. Sie ist hungrig, aber sie kriegt jetzt nichts. Pech gehabt. So, das war nur zur Veranschaulichung der Wegpunkt. Ja, dann nehmen wir halt die da aufs Korn, was sie sich in die Hosen machen. Ah, da könnte auch noch jemand parken. Oder? Ja. Ich bin auf dem Weg. Habe einen Augenblick für die Infestationen. Es ist noch etwas in die Hose. Ich bin auf dem Hinweis, dass Nacht ist. Wer hätte das gedacht? Gott, der scheppert. Äh, da links einbiegen. Und da steht ein besseres Auto. Oh, Scheiße. Siehst du ihn? ganz schön wilder. Aber war nicht sehr wild. Da gehe ich hin. Bisschen noch aufräumen. Dass es nicht gar so mühsam ist. Der Kotar hat überlebt. ja. Hör mal vor. Nur nicht gegen das neue Auto fahren. Das wird mein zukünftiges. so, bevor dieses auch noch austimt. So, bevor dieses auch noch austimt. Genau. Erst wird euch sucht. Erst suchen, dann finden. sag ich immer. Hö, hö, hö. Er macht da hö, hö. Das mach nur ich. Fackzutaten. Ich glaube, wir haben schon lange keine Lebensmittel. sehr gut. Und dann wird da in der Außenposten draus. Schöne Kügelchen. Aus Blei gefertigt. Medikamentenlager. Oh je. Habe ich zu viel Medikamente. lebensmittelagern. Ja, jetzt können wir mehr einlagern. Ich werde das nächste in Auftrag geben. Was machen wir als nächstes? Wieso sind da lauter Fragezeichen? Achso, wir suchen ja dieses Zombie. Was wollte ich jetzt? Ah ja, schauen, was wir noch konstruieren können. Materialien hätte ich ja noch ein paar. Zum Kühllager erweitern. Ja, klar. klar. Und hier Scharfschütze. Und hier aber nichts. Und da ist immer noch gerade ewig das ist ein Gebäudebonus. Den kann man nicht erweitern. Und da auch nichts. Eigentlich schade. Ja. Vielen Dank.